Auf jeden Fall hätte ich jetzt gerne einen unendlichen Wassereimer, fällt mir da gerade auf. Brrrrrr, so, da haben wir. Ach, was mache ich denn da? Ich könnte ja jetzt direkt eigentlich hier schon... So, muss ich hier auch nochmal durchs Gemüse schraddern, äh, schreddern, warte. So, und dann mache ich hier auch nochmal, weil da muss ja überall auch Steine hin. Oh, was haben wir denn da? Eine lustre Gesellschaft aus Grafikfehlern, das finde ich ja toll. So, pass auf. Huch, dann mache ich nochmal ganz kurz hier zwei hin, in zweier Höhe. Das gleiche müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch machen und dann zack, 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 zack. Hä? Ah, ein Kaktus. Ich dachte gerade, da wäre irgendwie ein Slenderman in grün gewesen gerade. So, pass auf. Ich frage mich, ob das nicht doch ein bisschen too much ist des Guten. Is it too much of the good? I don't know. You tell me. Oh. So. So. 26 haben wir noch. Mal gucken, wie weit die reichen. Ich kann ja Kobbel bald nicht mehr sehen. Jetzt haben wir erst... Ach, das war das Lagerhaus. Jetzt haben wir erst die, 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 die Steinstadt gebaut und jetzt, äh, die, 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 die Halle vorn. Äh, und jetzt bauen wir hier quasi... Schon wieder das nächste mit Kobbel. Das tut mir natürlich furchtbar leid. Hier unten muss natürlich Wasser rein und der ein oder andere ahnt bereits, was es am Ende werden soll. Naturellemong wird es so etwas wie ein Kanalisationssystem. Ich weiß noch nicht genau, was es da kanalisiert. Das kann ich noch nicht genau sagen. Natürlich meine Kräfte. Ne, ähm, ich weiß es noch nicht. So, mach ich hier mal die Erde weg, dann kommt hier einfach mal... ...noch ein bisschen Strand hin, so wie sie es gehört. Und auch mal den Fels weg, dann... ...machen ja quasi wieder so ein bisschen künstliche Gegend, aber das macht ja nichts. So, hier haue ich dann lieber Sand hin. Sand hin Tarantino quasi. Das ist so ein bekannter Typ. So. Gott, ey, wie Flachwitze. Ach, das ist meine eigenen Schritte. So, ich habe nur ein bisschen Schiss, dass uns gleich hier irgendwas überrascht, aber naja... Schau mal mal. Hier muss ich auf jeden Fall noch... ...das Gezuppel wegreißen. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie weit ich mit diesem Kanal rausgehe, denn so weit müsste ich auch die Erde dann verschließen, um das Ding herum. Damit es sozusagen aus der Erde lugt. Da kommt überall Sand hin, dann kann ich da ruhig mal Kobbel... Da kommt ja eh Kobbel hin. Da auch. So, wupp, 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 wupp. Wupp, wupp. So. So. Und dann... Zack, zack, zack. So. So, bis dahin müsste dann die Erde gehen. Ich weiß nicht genau, ob ich das alles so hinkriege. Auf jeden Fall, das ist auch ein bisschen zu lang geworden hier. Und dann müssen wir das ganze Ding auch noch verbinden. Das hatte ich seit Ewigkeiten mal vor. Ich habe es bis heute nicht gemacht. Ich würde auch gerne noch irgendwie, dass das... das Lagerhaus verbindet, dass wir quasi eine Kanalisation haben, die so ein bisschen die Map verbindet. Natürlich werden jetzt die Schreie nach einer U-Bahn laut. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die am besten machen. Da gibt es ja auch noch einiges zu tun. Mist, keine Kobbels mehr, was? Das glaubt mir doch niemand. Gut, dass ich das auf Video habe. Das wird mir doch niemand glauben. Uah, Alter. Achso, der wurde gerade von Fischen erledigt. Das ist wirklich krass. Ja, auf jeden Fall, ähm... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir brauchen Kobbels. Treppen haben wir genug. Bis dahin machen wir das. Dann brauchen wir für oben noch Kobbels und für da noch Kobbels. Ich brauche eine Menge Kobbels. Kann ich mir auch gleich aus dem Lagerhaus holen. Ich hoffe nur, wir werden nicht zerbombt. Hauptsache keine Creeper da. Alles andere ist mir egal. Die Creeper sind mir momentan wirklich ein Dorn im Auge. Weil uns da in letzter Zeit so viel erwischt haben. Na komm, Rinn! Haha, du bist so dämlich. Uah! Ey, Alter, wieso treff ich dich nicht? So, Kartoschka. Hauen wir uns jetzt natürlich auch nochmal in den Hals. Bevor wir hier Hunger leiden. Zack! Zack! Hach ja! Hach ja! Hach ja! Hach ja! Hach ja! Hach ja! Was wollte ich holen? Ich wollte Kobbels holen. Kobbel, Kobbel, Kobbel! Da haben wir zum Glück noch ganz wenige von. Das wird wohl reichen. So! Huch! Alter, hier ist grad so warm drin. Ich weiß gar nicht warum. Im Aufnahmeraum hier ist grad... Boah! Also im Gaming-Office sozusagen. Und hier sind gefühlte 30 Trilliarden Grad drin. Ich weiß gar nicht warum. Mist! So! Eigentlich kann ich da unten auch nochmal... Guck mal, da kann ich überall noch Kobbel hinsetzen. Da müsste dann ja eh entweder Sand oder Erde hinkommen. Ich hätte hier vorne gerne Sand. So, wie viel Sand haben wir? Acht haben wir zufällig dabei. Die bringen natürlich nicht ganz so viel. Und ich fürchte, da muss ich da weiter bauen. Ich mag die Musik übrigens grade. So, dann kann das Wasser genau hier abschließen. Das ist doch super! Ich mag die Musik! Ihr habt die gern! Ach ja, äh, was mach ich denn hier? Ich bin so doof. So doof bin nur ich! Manchmal geht mir das Doofsein gegen Strich... Morgen, halt die Fresse und machst das schöne Lied kaputt! Natürlich beabsichtig! So! Da müsste ich da vielleicht doch Erde hin machen. Ich weiß noch nicht genau. Da könnte dann theoretisch, können wir dann wirklich Erde hinklabustern. Und da müsste dann eigentlich... Das kann man natürlich nicht mit Gitter hin. Eisengitter. Eisengitter Gans. Oder ein Salzgitter. Das geht natürlich auch. So, und hier müsste dann quasi überall Sand, Sand, Sand. Oder Erde, Erde. Je nachdem. So. Die Musik kommt mir grad so bekannt vor. Ach, World of Warcraft glaub ich. Schlingendorntal, wenn ich recht im Sinne. Wo man früher die ganze Zeit irgendwelche Seiten sammeln musste. Inzwischen ja nicht mehr so. Hab ich das richtig gemacht? Ja. So, da kommt einfach Wasser, pfff, da runter und das war's dann, ne? So, muss ich mal gucken. Jetzt brauch ich noch Gitter. Jetzt komm ich da nicht mehr hoch. Das ist ein Traum. Okay, ich weiß noch nicht genau. So breit darf das auf keinen Fall sein. So. Ich weiß noch nicht genau, wie ich's zumache. Ich hole mir jetzt erstmal Gitter. Gitter, Gitter. Bin ich mal gespannt. Ich hab noch keine Ahnung, wie das am Ende aussehen wird. Aber ich hab schon ne Ahnung, wie ich das dann verbinden will und was ich daraus machen will. Und ja, das könnte dann auch mit unserer Stein statt. Aber, naja, das wär zu übertrieben, glaub ich. Müssen wir mal gucken. Ich freu mich nur, dass ich auch mal was abseits davon wieder mache, weil... Wir haben so viel, so viel Kobbel verlegt da. Ich mein, hier machen wir zwar auch Kobbel, aber... Und dann machen wir hier das unschöne Loch auch mal fertig. Was da die ganze Zeit irgendwie... Aua, klaffte. Nein, das war falsch. So müsste es eigentlich gehen. Und dann müsste ich mal gucken, wie das von innen aussehen soll. Ich könnte wahlweise... Ich glaub, das wird einfach nur so ein schmaler Schlitz dann und das war's. Man könnte es ja noch so machen, dass man rausgehen kann, aber das... Will ich, glaub ich, gar nicht. So... Und das müssen wir jetzt noch... Muss ich noch draußen irgendwie hinkriegen. Pass auf, mach ich mal anders. Geht schneller. So... Okay, dann haben wir jetzt das Ding von innen. So sieht's von außen aus. Vielleicht doch ein bisschen groß. Vielleicht müsste ich da das Ding rausnehmen. Und mach dann da einfach wahlweise so ein Ding rein. Oder vielleicht mach ich auch... Einen Slap rein. So. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen... Zack. Sieht das Ganze noch so ein bisschen... Naja. Ne, und so. So, ich glaube nur, ich möchte... Das sieht ganz schön groß aus. Also für ein Kanal-System ist das ganz schön big geworden eigentlich. Die könnte ich ja wegmachen. Dann sieht's nicht mehr ganz so groß aus. Die auch. Und mach dann da stattdessen einfach Erde hin. Dann hast du da quasi nur so ein Ding, was so rauskommt. Pam, fertig. Und hier müsste ich dann leider... So, hier baue ich dann einfach alles wieder zu. Lalalalalala. Lalalala. Man könnte dann natürlich immer so ein Erdräum reinmachen. Oder noch irgendwie, dass da so ein Wachraum ist. Oder irgendwie sowas. Aber das kann man auch hinterher machen. Erstmal machen wir es jetzt zu. Ich hoffe nur, wir haben genug Erde dabei. Wahrscheinlich nicht. So. Pass auf. Dann haue ich da nochmal... Was hören wir denn da gerade? The Only Friend. Aha. Ich weiß aber nicht zu welchem Spiel. Huch. My Only Friend Hat sich von mir getrennt Es geschah im Advent Ich glaub, die Hütte brennt Ich hab doch nur mit seiner... Mutter... Gepö... 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 Gepokert So, hier machen wir natürlich auch dicht. Alles komplett dicht. Zack. So, dann sieht man es von hier auch nicht mehr. Und hier sieht es einfach aus wie so ein lapidarer Berg. So. So. Wööp. Ich glaub, da hab ich irgendwann mal zu tief gegraben. So. Da lupt noch ein bisschen was hervor. Das kann man natürlich gleich wieder... Machen wir das weg. Und da kommt das Wasser dann durch. Dann haben wir da einen Kanalisationsausgang. Und jetzt müssen wir nur... Das hier verbergen wir natürlich dann auch. Vielleicht lass ich's auch einfach so. Vielleicht lass ich's auch einfach so.